Top Skifahren mit Sepp vom Skienwanderhotel Graz am 9. März 2015. Wir stehen hier am Fulsec, blicken rüber zum Kreuzkugel und fahren hier direkt die Gipfelbergstation von Fulsec, Burkastein. Und hier meine Gruppe. Mit Top Magun. Die norwegische Delegation. Ein herrlicher Skitag mit Pulverschnee im März. Mein Hund, ein bisschen Schreck! Siehst du oder siehst du? Hier kommt die Laura. Willi! Und die Petra! Jetzt bin ich schön gefahren. Ja, natürlich. Nur fürs Skifahren. Was? Wie kann das sein? Ich kann mal der Wicker hauen. Heute ist die Piste echt super schön, oder? Ja, kann nicht schöner sein. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.